Hallo, mein Name ist Schmidt-Christian. Schönen guten Morgen. Heute nehme ich dich mit. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Notar. Da müssen wir jetzt Kaufvertrag und Teilungserklärung besprechen für unser Berliner Objekt. Und danach nehme ich dich mit in meinen Tag. Viel Spaß beim Video. So, wir sind jetzt bei der Baustelle angekommen. Hier hinten sind wir jetzt dabei, noch ein paar Fotos zu machen und ein paar kurze Aufnahmen. Viel Spaß dabei. Der Preis für so eine Neubauwohnung im Hintergrund, der liegt so zwischen 8.000 und 12.000 Euro pro Quadratmeter. Das ist schon eine Hausnummer. Angebot und Nachfrage regeln natürlich den Preis. Hier ist es schon sehr, sehr exklusiv. Du musst überlegen, du bist in Berlin. Es ist gerade aktuell relativ ruhig. Du hast eine sehr, sehr gute Anbindung und du hast Wasser vor der Tür. Und das ist eine sehr, sehr exklusive Lage und deshalb können die natürlich auch sehr, sehr charmante Preise sich hierher holen. Was uns aufgefallen ist, auch bei Gesprächen mit einigen Leuten hier, dass es relativ viele ausländische Investoren gibt. Also nicht deutschsprachige Leute, die hier investieren. Unter anderem auch Leute aus England, die versuchen mit ihrem Geld das Bestmögliche zu machen. Und sie sagen eben, sie wissen nicht, was mit dem Brexit passiert und deshalb möchten sie ihr Geld lieber in Deutschland investieren. Und da ist Berlin aufgrund des Namens noch sehr, sehr attraktiv. Ob das so ein gutes Investment ist? Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde Berlin ein gutes Investment. Es kommt auch immer drauf an, wann und wo und wie. So, ich hoffe, der kurze Einblick von meinem Tag hier hat dir gefallen. Ich wünsche dir eine schöne, erfolgreiche Woche. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen hoch und Kanal abonniere nicht vergessen. Und ich steige jetzt gleich in mein Auto ein. Ja, es ist halt nun mal so in Berlin. Da muss man halt manchmal ein bisschen unkonventionell parken, damit du deine Termine einhalten kannst. Ich wünsche dir was. Schöne, erfolgreiche Woche. Dein Schmidt Christian. Bis dahin. Ciao. Ciao.